Schubst du oder was? Nö. Nein! Ich bin hier am Arbeiten hinten. Mhm. Ja. Am Arbeiten? Produktiv sein, ne? Ja. Mhm. Bin ich doch. Zwischenzeitlich habe ich Kossi Bienen geleert. Ja, du guckst dann warst du doch bei mir in der Nähe. Bin bei dir hochgerannt, hab dich runtergekickt. Anlauf genommen und zack, runter mit dir. Du standst... Du standst ein bisschen weiter weg. Anlauf genommen, voll erwischt und du bist voll runtergeflogen. Na? Barfuß? Ah, das ist aber Terraforming hier, ne? Ja, ich weiß. Da muss aber jemanden noch den See angleichen. Ich weiß. Wird noch ein bisschen was. Oder machst du halt ganz zu? Nö. Bist du davon hin? Warum? Das ist kacke. Da, wo hier die Sandbank ausläuft? Muss eigentlich die Fischschweb? Da vorne erstmal. Kannst du jetzt mal? Ganz komplett so mal ein bisschen. Bis dahin. Wohl? Eigentlich schon, ja. Machst du hier noch mehr freche? Machst du hier noch meinen funded? Machst du hier noch mehr freche? Machst du hier noch mehr freche. Machst du hier noch die Kurve so? Ja, das auf jeden Fall. Was ist denn? daraus kriegst du grüne kacke was denn schön ja kommt jetzt nicht so ne lass mich doch erst mal das war aber einfach ist doch gar nicht schwer war doch einfach jetzt schon nochmal angeglichen passt doch schon so weit war doch nicht viel oder verabschieden wir uns mal von dem wald hinten na wo geht es wieder hin ich war mir den weg ich brauche ein bisschen platz nein ich brauche auch gut und außerdem ist dieses komische dorn gebüsch scheiße sieht echt kacke aus dorn gebüsch scheiße hier was jetzt hinter dem treibhaus ist nach das ding man sie ja ich rasier da einfach durch ja da soll ja Apfelplantage und das ist ja wie gut ich bin aber ich habe für dich vorher hier habe ich schon mal zit gehabt ich werde schon mal vorab reißen hier ich bin gar nicht am fressen es ist genüsslich was ein snack zu sich nehmen ja genüsslich fressen bei dir doch muss eigentlich was abwertend zu mir sein habe ich gar nichts getan auch mal wenn er immer so zu dir sein muss dann kann man so ist vor allem wir suchen ganzheit gräbeln was ist direkt hier im see ist so richtig viel ich weiß ich weiß ja unten unten hier allein der ganze rand hier ist voller gräbeln boah ey durch den shader siehst du das kaum voll nervig ist egal besonders wenn du gegen die sonne arbeitest oder mit der sonne ja wenn du rein guckst schön wenn die sonne direkt aufs wasser scheint necker 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 nom 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 naja mach mal ich glaube dass holz oder sollst dann kenne ich keine gnade daran denken neue setzlinge zu stunden sondern da wollte ich von hier hoch neben die sense sense aber durch weg was Klack klack! Komm neu hin. Ich geh schon pennen. Wir müssen generell mal gucken. Dafür vielleicht eine normale Baumplantage irgendwo setzen, eine richtige. Weil Holz kannst du immer gebrauchen. Ja, ich wollte das eigentlich so als Boden machen. Zumindest in der untersten Teil, vielleicht auch in der obersten. Weil es gut aussieht halt, ne? Ja, ich hab ein bisschen so rumgetüftelt. Das ist das einzigste, was so ein bisschen den helleren Touch hat. Das darf ich gleich alles zu machen. Obwohl, wenn ich das richtig angleicht, dann kann ich das so lassen. Aber das hältst du hier ein bisschen tiefer und was? Flickhühnchen. Tschüss. Fleisch kriegst du schon und die Leiche fliegt noch weiter. Bist ein Hühnchenmörder. Ich? Nein. Ah. Nein. Bist ein Hühnchenmörder. Gott. Meine Güte, wie viel Gravel hier überhaupt ist. Das war irgendwie klar, dass diese Dinge hier nicht passen. Auch geil, so eine kleine Gravelinsel. Und eine mit dem Baum drauf. Das ist der Gravelbaum. Der Gravelbaum. Ja. Der grabbelt gerne. So eine Art. Das sind diese komischen kleinen Bäume. Mal weg machen. Sieht scheiße aus. Komm her, kleiner Block. Komm her, kleiner Block. Komm her, kleiner Block. Scheiße. Komm her, kleiner Block. Komm her, kleiner Block. Komm her, kleiner Block. Dippst du schon wieder? Ja. Bist ein Dipper. Benjo Kazuhui. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Da fort. Hobby ist mein Mord. Und da passt irgendwas nicht. Da passt was nischt. Da passt was nischt. Da passt was nischt. Die passt nicht. Ich limb führe dich. ..mm deh, du. Baba. Bam bam. Ba guar 삼Roam. Balla ist Balla Also du bist Balla? Balla bist du es nochmal, ja, stimmt Zentus ist Balla im Kopf, Balla im Kopf, Balla im Kopf Du 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 Haha, sag ich ja Balla im Kopf Flash hat so ein Schaden, das weiß doch jeder La 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 Das weiß nicht jeder Ich ein sehr netter Mensch bin Klar Ja sieste, klar Na 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 Eigentor geschossen La 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 1 kann ich sagen ja super talent wirst du damit nicht würde ich auch gar nicht nicht dachte ich jetzt du sollst das denken nachlassen kannst du noch nicht doch habe ich doch nicht und hier weißt du doch nie irgendwas ich brauche mehr holz ich weiß dass du nacken schuss hast doch nichts neues das ist auch nichts neues die sache ist aber gar nicht das ist ohne nicht mehr was spaß oder na ja es folgt knuffte voll durfte knuffte besonders war das noch so vieles bäume kommen ja auch alles dann noch weg wie lange halten wir halten die sich hin eigentlich aus welche ja wo du mit die blätter abmacht die sicher relativ lange finde ich also länger als die schere ja länger als die schere ja von der schere christian die blätter auch ab und zu auf setzlinge glaube ich ja aber von der christian halt diese zlinge nur keine blätter die sache seit dass die blätter schnell weg sind ja und mit der sichere rast einmal durch das muss ja auch noch alles hier ordentlich gemacht werden dann dahinter wenn er die baumplantage also ab für plantage umgriffen soll das wird noch reines terraforming spiel stunde keine ahnung war ich da auch mit fertig ich liebe karpenter blöcke und glas das ist auf jeden fall nicht gewesen die 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 das ist doch noch stil vorhin der was finden wir nicht was ich denn was das ist das ja wie dieses glas hatte ich denn dafür das hier gottchen da war das das hatte ich mit dem stone ach das geht ja bei den carpenter geht das ja nicht zusammen ich muss es ja vorsichtig vorsichtig platzieren drauf ich bin gerade am überlegen hört doch auf ich denke ja und spaß das macht keinen spaß mir aber schon klar weißt du das glas da oben frisst der wichser ja eigentlich wenn du einmal ein carpenter sitzt dann drauf liegst dann nicht sicher so eine halbe so eine schicht drauf wenn du mit dem anderen noch drauf gehst dann müsste es ja eigentlich wegfallen aber irgendwie bleibt das kleben bei dem glas schon ein bisschen komisch noch mal hier noch eine fensterfront rein gutchen das ist sammeln das haben wir da noch müssen uns noch überlegen das ist ein mensch du bist immer gerne ja das wird schon wie dunkel dazu schlafen gehen können wir schon hoch das ist super ich weiß nicht ich mache sich vielleicht den gang offen oder die ecke das müssen wir gucken wie eine glasbinde rein aber hier kommt noch eine glas von 3 1 2 ok aber das muss so eine höhe auch noch angeglichen werden da alles dahinter auch viel spaß noch eine heidenarbeit wird das